ож So, was sagst du denn zu dem Bild hier hä? auohoh ess 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 ist das deiner? Kiesste? Ja äääh nö, ist auch nich Das war ääh Sagst du das jetzt nur so oder? Nö Ich würd sofort zugeben wenn es mein Hintern wär Ja, ist okay. Aber erzähl mal. Drei Hosen, ein Arsch. Was ist da los? Ja, das war so eine Live-Aktion. Wir haben immer die Leute herausgefordert, aufgefordert, ihre Hosen auf die Bühne zu schmeißen. Wir feiern eure Hosen vom Leib, haben wir gesagt. Hosen aus und keiner weiß warum. Scheiße sind wir dumm. Scheiße sind wir dumm. Ich will sofort mitmachen, hab'n Rock an. Scheiße. Was ist denn für ein Lied, was du da singst? Keiner, ich komm vom Dorf. Gibt's das oder was? Wir singen immer Schuhe. Aber es gehört hier jetzt wirklich nicht hin, ich mach' mich schon wieder ganz unbeliebt.